So, Leute, damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Vampyr. Ich muss mich entschuldigen für das, was die letzten beiden Folgen passiert ist, nämlich das Audio, was wirklich schrecklich war. Das habe ich im Nachhinein leider erst bemerkt. Ich habe keine Ahnung, das liegt wahrscheinlich in meinem neuen Headset. Ich habe probiert, das Problem zu lösen. Dafür habe ich immer quasi so eine kleine Testaufnahme hiervon gemacht, wo diese beiden Herren da vorne labern. So ganz kurz nur. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich lehme jetzt erst wieder mit meinem alten Headset auf. Da funktioniert es auf jeden Fall. Das habe ich getestet. Und, ähm, ja, ich bitte das zu entschuldigen. Ich versuche, das Problem zu lösen, weil eigentlich gefallen mir die Kopfhörer sehr, sehr gut. Und Teufel ist eigentlich auch eine sehr, sehr gute Marke. Ähm, aber keine Ahnung, woran es liegt. So, wir sollen mit dem Ascalon Club reden. Dann machen wir das doch mal. Wen haben wir denn hier so? Mit denen können wir nicht reden. Ist das Wein? Ich bezweifle es. Reden wir mit dem hier. Es ist ungewohnt. Mir geht es gut. Mir gefällt es nicht. Es ist ziemlich ungewohnt. Als Doktor, ich bin eher der Observer, als der Subjekt Observen. Nicht bemerkbar. Die Ascalon Club hat eine Tried- und Tested-Policy für wählen ihre Initiativen. Kann ich fragen, wer Sie sind, Herr? Warum Sie sind interessiert? Well, als Sie sind der einzige Mann in der Raum mit einem Schmerzen, Sie sich auch sehr viel interessieren. Ach, den kennen wir doch. Das ist doch der, den, äh... Den, äh, dem quasi die, diese, diese Halle gehört, wo Sean seine Noto erkopft hat. Ja? So? Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged view? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership. I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Was hoffentlich bald kommt. So wie der aussieht. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member. And a dying man of that. Der trägt einen Handschuh, oder ist das seine Hand? So eine normale Handfarbe. Ja. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson. The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I am sorry to hear that, sir. Should I suppose that you are here in search of some form of immortality? Absolutely not. I am here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. What do you know about the guard of Priwan? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Na klar. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Redgrave. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Okay. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You are right. Money is nothing. Unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall. To isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns. Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. I personally went patrolling last night in the West End. Yeah. I spotted at least two foreign aircons. This is an outrage. It is always useful to bolster the troops' morale. Especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though, very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young aircon. All right. Let's talk. You and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic. And your findings were quite alarming. You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Bansha was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a vulcord. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Was? Sterbliche verwechseln die mit Werewölfen. Wie kann man die mit Werewölfen wechseln? Die haben nichts von den Werewolfen. Ich hätte die anderen Viecher. Diese Kanalbestien oder wie die heißen. Äh, die verwechselt, könnte ich mir vorstellen, dass man die mit Werewölfen verwechselt. Aber ein Vulcord? Ne. Die könnte man eher mit einem sehr groß gewachsenen, dunkelhäutigen Mann verwechseln. Aber ansonsten auch nichts. Immerhin. Immerhin. As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed. But for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the guard of Priwen has started a war against us british vampires. To appease the situation, we must eradicate the scowls. I have met peaceful and wise scowls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Scowls are hideous, shameful creatures that give all Econ a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find and get results. Naja. Bein, Stufe, Geil! Wir können jetzt die ganzen Leute aussaugen. Ich gehe bald nach Whitechapel und mache da Party. Auf meine Weise. Das sage ich euch, ist mir dann in dem Moment erstmal egal. Ich will, zu diesem Let's Play würde ich schaffen irgendwie, dass ich ein Bezirk komplett leer mache. Und da ist Whitechapel eigentlich das Beste für. Da bräuchte ich eigentlich eine Bandschufe 5, um den Priester auszusaugen. Aber, naja. Das lässt sich auch noch bestimmt irgendwie einrichten. So. Ich denke, Lord Redgrave hat gerade gesagt, dass ich von einem älteren Vampire war. Mann, können die nicht Original sagen. Das wäre viel besser. Es wird viel besser hier reinkommen. Stufe 5. Hier war doch letzte Folge noch einer. So, warte mal. Was werden wir jetzt machen? Frage anwenden nach ungewöhnlichen Infektionsquellen im West End. Okay, dann fragen wir mal die Charlotte hier. Guten Abend, Frau Ashpree. Und guten Abend zu Ihnen, Dr. Reed. Ich habe die Grundlage der Epidemie in diesem Distrikt. Hast du noch etwas ungewöhnlich gesehen? Ein paar Tage vorhin habe ich ein strange Haus, während ich für die Frauen-Suffrage spielte. Ein riesiger Schmerz. Keine Antwort, wenn ich geknachte. Wo ist es? Es ist die Melanies. Eine schöne Familie, die in einem großen Haus, neben dem Park. in der österreichischen Part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. Sie ist ziemlich beschäftigt. Ja, ja. Ähm, okay. Wo wäre das? Das wäre dort. Okay, wir fragen den Typen nochmal. Ja, ja. Ich habe die Sorgen... Nicht wirklich. Warte, jetzt, dass du es erwähnt hast, ich sehe nicht die McPhersonen in meinen Lieblings-Restaurants. Sie lieben auch delikate Beine, wie du verstehst. Danke. Es kann nicht sein, aber ich werde es trotzdem unterscheiden. Wo leben sie? Sie haben ein Haus in der sächsischen Part der Distrikt. Irgendwo nach links des Rettungsbruchs. Und es ist ein Rettung, wenn ich richtig erinnere mich. Okay. Goodbye. Gut. Hier ist noch ein anderer Typ. Good evening, Sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war, too. So sorry, I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you, either. Okay, unser alter Freund hat Migräne. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. But like you, I'm not the man I used to be. Oh, wie sehr du damit recht hast. When did you escape the war and return to London? You know, what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Oh, jetzt geht da, jetzt alle. Sag mal, woher weißt du, wisst das alle? Okay, die Wache von Priven macht da ordentlich Druck, ne? I know what you mean. I haven't had much time to think about the war. Or either since my return. Of course. The epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny. I didn't want to sound selfish. Okay. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. If you ever go to the park near that swanky house belonging to the... The Melanies. Yes? What about the Melanies? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. Aha. You need... Support the equality. Gut, ich würde gar nichts mal gucken. Wir haben ja noch eine Nebenmission, zwei Stück. Wo ist denn die hier? Die ist dort. Okay. Das sind die beiden hier. Okay. Noch irgendwo ein Haus. Normal sind es immer drei in solchen Spielen. Hier sind so wenig Leute irgendwie, habe ich das Gefühl, ne? Temple Garden. Hier kann ich rein. Back of Improving. Aua. So. Okay. Hier ist nichts. Wieso ist da nichts? Hier verstehe ich nicht. Okay, gut. Ich gehe erst mal dorthin. Dann gehe ich dorthin. Und dann gehen wir dorthin. Das heißt... Einmal zurück. Das ist irgendwo oben. Okay, seltsam. Das ist irgendwie so in... Die Richtung dort. Westend. Hier so lang, ne? Ja, ne? Obwohl, ja doch. Ist hier noch... Irgendwo... Ich habe irgendwie meinen Husten gehört. Warum? Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. It's mine! Gentlemen. Mann! Aua. Oh, jetzt haben wir noch mehr Leute hier. Die sind schon... BASZIEK! 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 Ich gehe jetzt schon. Ich gehe jetzt nicht. Oh Gott. Ja, die hauen doch schon noch Relativ gut rein Was ist denn noch hier? Ja, hier ist nix Okay Ei, ei, ei Mann Gib mir mal Blut So Warte mal, wo geht's hier lang? Wo geht's nach dort? Nein, da will ich jetzt grad nicht hin Hier sind, wie viele Leute sind hier? Ja Sind auch ein paar Okay Ja Also ihn könnten wir aussaugen Sie, keine Ahnung Okay, hier ist es ja dann Das sind Ratten Nehmen wir grad ne Ratte Okay Erster Infektionsherd Sieht jetzt erst einmal Nichts anders da aus So Ähm Okay Was ist das? Doors Fletcher Ah Okay Er hat seine Kugel Er hat den Kopf entfernt und seine Augen entfernt. Er war eine Begründung der brutalen Tortur. Dieser Hände ist gebrochen. Er war jung. Wahrscheinlich der Sohn. Okay. Oh, da ist noch jemand. Doris sagte mir, dass ich eine großartige Aktein gewesen wäre. Du hast deine Familie töten. Sie haben mein Talent verletzt. Elisa. Äh, Elsa. Na, dann komm mal her. Ist sie... Ist sie ja ein Ico? Warte mal. Ich glaube, für die brauchen wir mal was Fernkampfmäßiges. Das heißt, was würde ich mal wegtun? Ich würde mal... Na, was kann ich mal wegtun? Ich habe eigentlich nichts Fernkampfmäßiges. Wogegen ist sie... Gegen... Äh, warte mal. Die ist anfällig gegen Schusswaffen. Das heißt... Das heißt... Das heißt ... Sögrat. Und so, ich glaube, es ist dann das Zeit. Was ist das? Das ist wichtig, das ist kostenlos. Und so, ich glaube, es ist das. wieder wechseln habe ich da noch was für ok das macht so ganz leichten schaden ok also erster von aktuell zumindest zweien ok so schwierig wäre es auch nicht haben wir von uns zum ersten infektionsherd wie soll ich noch was sammeln nach der brief von doris fletcher schauspielschule lieber es ist mir eine große freude dir mit diesem brief deine aufnahme als privatschülerin an meiner schauspielschule zu bestätigen die kleine szene die die letzte woche freundlicherweise für mich da geboten hast hat mich davon überzeugt dass du das zeug zu einer echten schauspielerin hast schleue was schleue format und mut als privatschülerin wirst du von mir persönlich unterrichtet und treut während dieser intensiven unterrichtsphasen solltest du in der schule wohnen denn ich bin fest überzeugt dass nur die uneingeschränkte hingabe das volle potenzial meiner schüler freilegt also vergewiss vergiss bitte nicht nach zurück und alles andere mitbringen dass du brauchst um eine woche in meiner schule zu verbringen mit freundlichen grüßen doris fletcher schauspielschule ok gibt es einen zweiten infektionsherd das ist dann hier raus oder wie ne wahrscheinlich wieder nach oben na ne warte mal hier lang so da haben wir erschrocken mann verpiss dich ok es reicht hier mal Alter Ich brauche mal ne Ratte gerade Hallo Ich hab sogar nichts gemacht Meine Ratte Okay Alter Das wird jetzt gerade schon reingehauen Also die Gegner werden hier stärker So äh Da ist dann das nächste Das heißt ja dann quasi hier lang Sag mal hier sind sehr wenig Einwohner oder die kommen erst noch Wirklich sehr sehr wenig Leute hier Alles hier geschlossen West End Warte mal Ja Na es geht da lang Oder? Ja Ist es unsere Mutter? Äh warte mal Da will ich auch mal gucken Anwesende Reed Familie Der Brief Ist unser Haus Ähm Anwesende Reed Familie 8. März 1908 Mein lieber Avery Wie ich Ihnen bereits vor Tagen mitgeteilt habe Muss ich England verlassen Wenn auch nur für ein paar Monate Solange ich fort bin und bis mein Sohn nach London zurückkehrt Möchte ich dass sie sich gut um unser Haus kümmern Ich habe bereits die nötigen Arrangements getroffen um ihren Lohn zu erhöhen Und ihnen so lange weiter zu zahlen wie sie hier arbeiten sie haben mir versprochen meine geliebte Frau zu beschützen und ihr bestmöglich zu dienen dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bei ihnen bedanken sollte ich nicht wiederkehren haben einzig und allein sie mein volles vertrauen Ja innigster Freund Äh was Avery Reed Okay Anscheinend John ist ein Vater Avery Cork Okay, okay, okay Hier komme ich nicht lang Hier gibt es nichts Warum habe ich alle Leute so eine große fette Vitrine und nichts drin Nun da mein eigenes Haus Ist bestimmt schlau, ne? Das Das Cool Oh, das ist Avery Good evening Avery Mr. Jonathan I can't believe my own eyes Oh, it's a miracle We all thought you were Oh Sir, your poor sister What a tragedy I know Avery I know about my sister's murder Miss Reed expected you to return to assist with the funeral Right up until the last minute Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here Alright, man! We need you to run by name We need to run by name 111 train I know it was a miracle likely to be on your own day But we need you to ask you to subscribe To your rear I know it was a miracle You have to do you to look at the place Vielen Dank.